In der Baumschule Steger werden nicht nur Bäume eigenhändig gepflanzt und fachkundig großgezogen. Der in Els Malmeneich ansässige Familienbetrieb ist zugleich ein professionelles Gartengestaltungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf einer riesigen Fläche angesiedelt, welche sich über insgesamt 100.000 Quadratmeter erstreckt. Die Hälfte davon nimmt der liebevoll gestaltete Außenbereich ein, in dem man Großbäume von bis zu 12 Metern Höhe und faszinierende Gartenbonsais begutachten kann. Auf dem Gelände befindet sich nämlich eine einzigartige Ausstellung an vielfältigen Formgehölzen und japanischen Ahornpflanzen, die in wunderschön angelegten Gärten präsentiert werden. Darauf ist Familie Steger besonders stolz. Für die Arbeit nutzt das erfahrene Team hochwertiges technisches Gerät und modernste Maschinen, in welche regelmäßig neu investiert wird. Baumschule Steger – hier sorgt Top-Qualität vom Experten für höchste Kundenzufriedenheit.